Ich bevorzuge ab und zu mal eine Veränderung. Lieber mal im Fluss schwimmen, anstatt immer auf der Autobahn zu bleiben. Aber du bist doch nie auf der Autobahn geblieben. Du hast so viele verschiedene Sachen gemacht, wie etwa Jesus Christ Superstar. Bist du immer noch offen für Projekte dieser Art? Ja, natürlich. Mein erstes Solo-Album wird erst der Anfang sein. Ich wollte erst einmal wieder zu mir selbst finden und das allein ist schon eine Herausforderung. Das Beste aus dem rauszuholen, was du gerade fühlst, ist das Wichtigste. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Aber wenn man es nicht versucht, erfährt man nie, ob es geklappt hätte oder nicht. Ich habe in meiner Vergangenheit viele Fehler gemacht und mache sicher noch weitere in meinem Leben. Aber ich hatte auch tolle Zeiten und freue mich schon auf die Zukunft. Ich habe auch noch gute Zeit, und ich freue mich noch mehr gute Zeit. Ich habe auch noch gute Zeit, und ich freue mich noch nicht. Es wurde schon sehr viel über die Sachen mit Deep Purple geredet. So viel ich weiß, warst du über das Ganze sehr enttäuscht. Ja, sicher, jeder wäre das. Was ist passiert? Tja, sie haben mich eben aus der Band rausgeschmissen. Wahrscheinlich wurde ich zu schwierig. Aber soweit ich weiß, bist du mit einigen aus der Band immer noch befreundet. Wir haben mit Roger, meinem ältesten Freund. Wir telefonieren regelmäßig miteinander und schicken uns gegenseitig beleidigende Faxe. Es ist schwierig, aber wir reden eben nicht über Deep Purple, sondern über andere Dinge. Wir reden eben nicht über Deep Purple. Wir reden nur über andere Dinge. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.